Hallo liebe Leute, wir sind hier in Weite von Bronnack und zwar hier in der Karte, wo wir sind, in der Nähe von dem Dungeon Wildnis von Reetrend, unterhalb von dem Gebiet Braystake. Hier könnt ihr hinreiten, hier haben wir unseren 28. Schrein von Lilith ein bisschen versteckt, einfach hier die Bäume langlaufen und wir bedanken uns bei euch. Ciao Leute!